Willkommen zurück bei Let's Play Gothic 3. Bilde ich mir das ein oder ist das laut? Eventuell bilde ich mir das nur ein. Ich hoffe, es bildet mir nur ein. Ähm. Testen wir doch gleich mal eben. Aber jetzt, Moment. Wir haben ein Ork-Lager, das letzte Mal. Ich erinnere mich. Wir hatten unsere Brützel-Party. Ich erinnere mich. Brützel, 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 Party, 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 Brützel, Brützel, Brützel. Und das ist sogar das Ork-Lager, was ich gerade glaube, dass es das Ork-Lager ist. Wir waren hier schon mal. Und zwar zusammen mit Mord. Apropos Mord. Wo ist Mord? Hahaha. Verdammt. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo Mord ist. Ähm. Ich bin hier allerdings jetzt halb falsch und halb richtig und eher falsch als richtig. Ähm. Ja. Hi, meine Süßen. Ich brutzel euch mal eben alle nieder. In der Hoffnung. Ähm. Ja. In der Hoffnung. Also wir müssen auch ausreden. Um weiterzukommen einfach nur. Meine, 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 mein Zögern etc. Hat gerade keine zwangsläufige, ähm, idea. Ich bin hier, äh, äh, äh. So. Ähm. Ja. Wo war ich? Sorry. Ich bin gerade komplett durch den Wind. Und überhaupt komplett irgendwo. Ähm. Irgendwo. Und gerade überhaupt nicht bei der Sache. So. Ja, ähm. Ich, äh, ja. Scheiße. Ähm. Ja. Das klingt doch gerade schon mal ganz nach mir. Ich bin total raus. Ist das ein Schattenläufer? Ist das ein lebender oder ein toter Schattenläufer? Das sieht aus wie ein To-Mine-Crawler. Und ganz alle. Und noch mehr To-Mine-Crawler. Und das sieht so aus, als würde ich Spaß haben. Ohohohoho. Hihihihi. 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 Okay. Entschuldigung. Wollen wir mal schnell gehen? Hihihihi. Ähm. Ja. Ähm. Sorry. Okay. Ich weiß gerade nicht, wo ich bin. Ich bin auch irgendwie nicht da, wo ich will. Ja, deswegen. Ich will hier nicht sein. Was mache ich denn hier? Ich will hier gar nicht sein. Ähm. Wo will ich denn sein? Ich will den Head... Ja. Hm. Gute Frage. Wir gehen zum Feuerklang. Einfach, weil wir es könnten. Ähm. Richtig. Ich weiß nicht, was ich machen wollte. Ach, scheiße. Ich brauche Mord. Wo ist Mord? Mord, jetzt mal ernsthaft. Wo bist du? Ich weiß nicht, wo du bist. Ich werde jetzt... Ich wollte genau... Ich bin komplett am... Sorry. Sorry, Leute. Ich habe mich gleich irgendwann wieder. Hoffe ich. Ähm. Ich versuche... Ähm. Ja. Ich werde... Äh. Der war vielleicht nicht ganz so doch der Warschler, wo ich gut bin. Haben wir hier irgendwo Wölfe? War das hier mit den Wölfen? War das hier mit den Rippern? Ihr habt keine Ahnung. Ich suche an sich kurz ein paar Wölfe, die irgendwo waren, die ich schon mal gesehen habe. Zu faul war, sie zu killen. Die sind aber Questwölfe anscheinend. So wurde mir gesagt. Ich habe irgendwo mal Wölfe gesehen. Da war ich zu faul, die zu killen. Und bin ich da, wo ich glaube, dass ich es bin, dann finde ich Mord. Ich weiß, wo Mord ist. Ich weiß, wo Mord ist. Ich glaube, ich bin da, wo ich bin. Oh mein Gott. Ich glaube, ich weiß, wo ich Mord finden kann. Oder doch nicht. Oder doch. Ich meine, das hier ein Orklager ist ja hier. Verdammt. Ich weiß doch nicht, wo ich bin. Bzw. ich weiß, wo ich bin, aber hier ist nicht da, wo ich dachte, dass Mord wäre. Ich will jetzt Mord finden. Ich suche... Ich suche einen bestimmten Ort. Wenn ich einen bestimmten Ort habe, dann weiß ich, wo Mord ist. Beziehungsweise glaube ich zu wissen, wo Mord ist. Ich meine, mittlerweile kann das sich auch sonst wohin gebackt haben. Aber ich glaube dann zu wissen, wo Mord ist. Wo ist das Jägerlager? Wo ist das Jägerlager, wo ich irgendwie 500 Pferde für sammeln musste? Wo ist das? Das muss eigentlich sogar hier in der Nähe irgendwo nehmen. Nee. Doch. Keine Ahnung. Eventuell. Ich selber weiß, ist das schon. Das muss einfach irgendwo sein. Ich weiß nur nicht, wo. Wenn ich mich recht erzählte, dann war das hier irgendwo. Das könnte aber auch vollkommen eine Fehlinformation sein. Hier sind Wölf. Nein, nicht lecken. Kommt ihr nicht hierher? Sodurch, dass es mich stört. Okay. Ein bisschen mehr easy loot for me. Eine Feuernässe. Das Schnapsbeere interessiert mich, hat es nicht wenig. Die Dinger sehen für mich immer aus wie Drachenwurzeln. Aber gut. Das haben wir auch mittlerweile gelernt, dass das hier alles nicht Drachenwurzeln sind, sondern einfach irgendwas. Gut. Was machen wir? Quicksafen. Ja. Also an sich will ich zwei Sachen machen. Erstens, das Orglager komplett ausmerzen. Dann, äh, zweitens, Mord finden. Vielleicht. Ja, vielleicht. Das ist jetzt zumindest nichts Schlechtes. Ich hab echt großes Mord. Schon wieder Eiswölfe. Sag mal, hab das irgendwie. Äh, ganz ehrlich, kommst du mal bitte her? Bin ich gerade ernsthaft daneben geschossen? Ich meine, ich seh dich nicht, deswegen weiß ich nicht, wo du bist. Ja, bingo. Wirklich? Wirklich? Oha. Ja, nee, so war das eigentlich nicht überhaupt so dicht. Ha. Scheiße. Stopp. 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 Aus. Okay. Ich hab verstanden. Also ihr seid irgendwie alle assi. Hab ich verstanden. Wollt alle Ärger mit mir. Äh. So, oder so ähnlich. Was ist mit denselben Zamtieren? Wir haben jetzt auch keine Lust mehr. Das ist doch irgendwie gerade ein bisschen troll. Ich hab's hier gerade nicht ganz zufrieden. Okay, wunderbar. Nein, da kommt's, da kommt's, da kommt's, da kommt's, da kommt's, da kommt's. Scheiße. Also irgendwie, das ist hier gerade nicht ganz zufrieden. Was mach ich hier gerade falsch? Ich hab's hier gerade nicht ganz zufrieden. gehauen. Okay, find ich gut. Find ich da gut. Äh, jetzt ist die Frage. Da ist ein Goblin. Und da ist ein Troll. Und wo bin ich? Ich hab einfach keine Ahnung, wo ich bin. Ich bin hier auf einmal wieder an eine neue Art von Kontinent, wo ich keine Ahnung habe. Ich geh ab und hier dann. Geh doch einfach mal ein Stückchen in die Wallachie. Ich weiß nicht, wo ich hin will. Und was ich hier eigentlich mache. Letztes Mal sah das noch so schön aus. Warte mal, ist das hier der Weg zu dem Org Lager? Ich glaube sogar ja. Ich glaube tatsächlich ja. Ist es das? Moment mal, aber das ist irgendwie... Doch. Hier sind... Ist das die Orgmine? Wo bin ich denn jetzt? Äh, ich... Arsch mir... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ähm, ist das wichtig? Nöp. 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 Du bist kein Gegner für mich. Ich hab keine Ahnung, wo im geringsten ich gerade bin. Aber... Es interessiert mich auch nicht. Oh, scheiße. Vielleicht hätte es mich doch interessiert. Ja, es hat... Ja. Da hing ich am Stein. Verdammt. Okay. War jetzt nicht das Beste, was ich hätte machen können. Ja. Leeroy. Jenkins. Und so. Ähm, jetzt ist halt die Frage... Ja, Leck ist so gut, oder war? Ist genau das, was ich brauche. Ich werde dich töten. Aua, 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 aua. Nicht hängen, leider. Stopp. Stopp, 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 stopp. Ruhig. Ruhig, Schamane. Fantastisch. Ah. Ja, jetzt muss ich natürlich warten. Die müssen sich natürlich schon ein bisschen klar sammeln. Also, wie bringt das hier hier an? Fuck. Das wäre natürlich schon ein schöner Hit gewesen. Hallo, 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 hallo. Das Piraten, jetzt frisst du alles einzeln. Natürlich. Okay, so gut ist das jetzt nicht. Okay. Jetzt gehört ihr mir, meine Damen und Herren. Es gehört ihr. Bleib stehen. Was soll das? Ich verli- Jetzt verleben. Wir müssen mal kurz quicksafen. Und dann direkt weiterlaufen. Komm schon. Danke. Diese Scheiß-Bogen-Schützen. Nicht sehr schnell. Jetzt habe ich natürlich ein kleines Problem. Ha! Komm durch. Eins, zwei, drei. Ich raten, weil ich versuche zu zaubern. Ich werde wieder runterrutschen, richtig? Ja. Okay, dann werden wir uns wieder hier hinstellen. Wir erinnern uns. Nein, das war noch zu verdammt. Bingo. Das sitzt. Sitzt, wackelt. Und hat Luft. Und nochmal. Geil zu gut Spaß gemacht. Und damit ist das Orglager ebenfalls bereits geschichtet. Ja, genau. Auf die Musik habe ich eigentlich gerade an sich gewartet. Sehr schön. So, dann haben wir dieses Lager ebenfalls. Oh, wo meinst du denn hier? Hier liegen noch mehrere Kruschs rum. Kruschs. Sehr schön. Nehme ich alles durch an mich? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und da lädt noch einer? Hab ich es gerade richtig gesehen? Gerade. Okay, irgendwie auch nicht merkwürdig. Gerade füllten wir schon Sachen ein hier. Ich hätte gerne noch die Waffen, die hier so... Naja. Hängen. Was ist das denn? Das ist ein Gold... Achso, schade. Ich dachte schon, das ist ein Feuerkäppich. Ich dachte gerade schon... War gerade kurzzeitig hier. War das gerade eine besondere Pickaxe? Also eine besondere Spitzhacke? Nö, ich könnte schon einfach eine abgenutzene dran. Metalltruhe! Abgebrochen! Abgebrochen. Ach, denk mich. Abgebrochen. Danke. Was haben wir da drin? Ja. Sehr wertvolle, sehr tolle Sachen. Okay. Haben wir hier noch mehr Orks irgendwo? Achso, apropos. Ich könnte mal eben ein bisschen Fleisch braten. Nämlich sowohl das, als auch das. Dankeschön. Ah, ein Quicksafen wird natürlich auch nicht schaden. Äh, sind hier irgendwo noch Tote Orks. Goblet. Eisgolem, ein Toter Eisgolem. Moment mal, hier war ich schon mal. Äh. Äh? Habe ich die Eiseabzweigung hier damals komplett ignoriert? Ich bin mir mal wieder nicht sicher. So, aber hinten, der hier hier, Moment, hinten war irgendwo eine Höhle. Moment, haben wir jetzt nur... Moment, da, genau die Höhle, meine ich. Die zählte natürlich nicht. Äh, natürlich nicht. Okay. Du wirst sterben! Ja, wenn ihr es so macht, ja, wahrscheinlich. Werd ich wahrscheinlich sterben. Oh, nicht sehr nett, was ihr da tut. Du wirst sterben! Oh, fuck. Oh, fuck! Stopp! Aus! Böse! I think I'm... Äh, treffe ich euch bis da noch? Ich würde behaupten, ja. Das ist nice. Also, da muss ich mal sagen, Respekt an die Range von dem Ding. Ich mag dich tatsächlich sehr, meine lieben Damen und Herren. Ja, wir, ähm, falls ihr das gerade nicht merken solltet, das könnte passieren, dass ihr das nicht merkt, weil es auch nicht überhaupt total offensichtlich ist. Wir kümmern uns gerade ein wenig um die Mine. Ähm, ja. So, das bringt so unnicht. Nicht während des Kampfes. Jetzt kann ich die Truhe hier nicht ausräumen während des Kampfes. Das ist nämlich auch geil. Das ist die Frage, wo ist denn der Kampf? Ey, will ich das wissen? Ich schieße es nicht. Quicksafe! Ganz genau. Ähm, wir ratzen jetzt einfach hier durch. Ja, bin ich dabei. Äh, Moment mal. Wir sind hier an einem Pfad, wo gar nicht weiter geht. Wir sind hier an einem Pfad, wo gar nicht weiter... Danke für meine Intelligenz. Wir sind gar nicht im Richtigen. Wir sind an einem... Na toll. Wir sind gar nicht ne... Was meinte er? Also runterspringen, du. Ist da wat? Hehe. Probier mal aus. Oh, hier ist auch noch einer hingefallen. Süß. Oh, hier ist auch noch was. Ist da wat? Ich krieg da Kekse. Ich bin hier. Was ist denn ein bisschen unter jetzt? Moment, Moment, Moment. Moment, Moment, Moment. Stopp. Puh. Leck mich. Das war nicht nett. Das war... Das war nicht nett. Das fände ich nicht okay von dir. Muss ich gestehen. Fände ich nicht okay von dir. Nicht okay. Nicht okay. Äh, geht sofort weiter im nächsten... Ich bin hier.